77 Pritzsch war bis zum 30. Juni 2009 eine selbstständige Stadt und ist seit dem 1. Juli ein Ortsteil der Stadt Bad Schmiedeberg im Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Geografie Pritzsch liegt inmitten der Elbhaun am westlichen Elbufa und am nordwestlichen Rand des Naturparkes Dübnerheide im Bundesland Sachsen-Anhalt. Naheliegende Städte sind Bad Schmiedeberg, Kemmberg, Thurgau und Lutherstadt Wittenberg. In größerer Umgebung liegen Jessen und Bad Düben. Geschichte Der Ort Pritzsch kann auf eine über 1000-jährige Geschichte zurückblicken. Pritzsch wurde erstmals am 21. Juli 981 in einer Urkunde von Otto II. erwähnt. Damals lag der Ort im Gaunay-Sisi in der Grafschaft Dimas und gelangte als Schenkung an das Kloster Memleben. Der Beginn der ständigen Besiedlung des Pritzscher-Ortsgebietes ist schriftlich aus der ausgehenden Zeit der Slaven belegt. Die slavischen Wallanlagen wurden durch Burgwader abgelöst. Die Urkunde aus dem Jahr 981 weist auch für den Ort Pritzsch eine solche Schutzburg zur Überwachung des Verwaltungsbezirkes und der Elbbeschiffung. Aus kurzer Zeit später, im Jahr 1004, erfolgt eine zweite nachweisliche Erwähnung des Ortes. Zu dieser Zeit wurde bereits eine beachtliche Anzahl an Burgwaden und Ortschaften in der Pritzscher-Nachbarschaft aufgezählt, was die stark zunehmende Besiedlungstätigkeit im Rahmen der Christianisierung dieser Gegend unterstreicht. Mit der kurz darauf einsetzenden Kolonisierung kamen vor allem Siedler aus Flandern hierher, die viel Erfahrung im Entwässern der Sümpfe und Eindeichen der Flüsse mitbrachten, was die Urbanisierung der Gegend deutlich vorantrieb. Zu dieser Zeit gab es auch erste Ansätze einer Unterteilung zwischen Bauern, die das Land bearbeiteten und sogenannten Häuslern, die nur wenig Grund für die Bearbeitung besassen und im eigenen Haus einem Handwerk nachgingen. Mit den Siedlern aus Flandern gewann auch die Wasserkraft als Antrieb für Mühlen verschiedenster Art in den kommenden Jahrhunderten an Bedeutung. Ab dem 12. Jahrhundert gewann mit der beinahe abgeschlossenen Vertreibung der Slaven auch mehr und mehr die Kirche und das Christentum an Einfluss. In der Pritzscher-Gegend dies wurde auch deutlich in der Errichtung von Kirchenbauten in nahezu jeder Ortschaft. Mit der Schifferkapelle in Prisitz und der Kirche in Ockeln stehen noch heute zwei der ältesten Zeugen dieser Besiedlungsphase aus dem frühen 13. Jahrhundert. Ebenfalls zu dieser Zeit begann die Herrschaft der Familie Löser in Pritzsch und weiteren 35 umliegenden Dörfern. Ihren Sitz legten die Lösers, von deren Familie viele sehr gebildet waren und einflussreiche Positionen bei Hofel inne hatten, auf die Burg nach Pritzsch. Die Lösers wurden sehr bald in den Stand der Erdmarschalle erhoben, was natürlich auch den Umbau der bisherigen Burg an der Elbe in einen repräsentativen Bau erforderlich machte. Pritzsch war unter dem Einfluss der mit Martin Luther eng befreundeten Familie Löser eine der ersten Gegenden, die der Reformation folgten. Luther selbst traute den Erdmarschall auf der Residenz in Pritzsch und war hier nicht nur um in der Kirche zu predigen, sondern auch gern Gese Hena Jagdgast des Hauses Löser. Freilich änderte sich am schweren Leben der Bauern nur wenig. Mit dem in den Umbaumaßnahmen wachsenden Schloss erforderte dessen Unterhalt auch frohen Dienste der einheimischen Bevölkerung. Das Schloss gewann nicht nur als Residenz der Lösers an Bedeutung, sondern auch als Gerichtsgebäude in dessen Kellergewölben Straftäter oft gefoltert oder Gericht über sie gehalten wurde. In der Schlosschronik wird ein starker Anstieg der Verbrechen im 16. Jahrhundert dokumentiert. Verurteilte Straftäter wurden entweder gehängt oder enthauptet. Wer es sich leisten konnte, hatte die Möglichkeit sich in einer Art Vertrag von seiner Straftat freizukaufen. Bestandteil eines solchen Sühnevertrages war auch das Aufstellen eines Kreuzes an der Stelle des Verbrechens, meist eines Mordes. In Pritsch gibt es im Schlossberg gleich drei solcher Sühnekreuze. Allerdings standen sie nicht immer alle an diesem Ort, sondern wurden von außerhalb der Ortschaft teilweise ins Ortsgebiet versetzt. Wie überall im deutschen Einzugsgebiet waren Fachwerkbauten charakteristisch für das Ortschaftsbild des 16. Jahrhunderts. Ziegeleien und Zimmermänner erlebten einen regen Aufschwung in den wachsenden Ortschaften des Spätmittelalters. 1584 wütete die Pest auch in Pritsch. Pritsch war 1615 bis 1630 von Hexenverfolgung betroffen. Mindestens vier Menschen gerieten in einen Hexenprozess. Eine Frau wurde um 1615 verbrannt. Im Dreißigjährigen Krieg brach das Unheil auch über Pritsch herein. Der Ort wurde fast völlig zerstört. Die Schweden wollten den Ort dem Erdboden gleich machen. Eingemauerte Kanonenkugeln in der Schlossmauer künden noch heute davon. Von vor 1634 vorhandenen 146 Bauernhöfen existierten nach der Belagerung durch die Schweden noch ganze zwölf. Die umliegenden Orte hatten ähnliches. Leid zu ertragen. Meerschwitz wurde zum Beispiel völlig ausgelöscht. Zu alledem brach um 1637 in Folge der Zustände erneut die Pest aus. Zum Ende des Krieges war die Familie Löser hoch verschuldet. Sie beschlossen das über ihre Verhältnisse stehende Schloss und die Gemarkung Pritsch für 70.000 Reichsthaler an den Marschall Wolf Christoph von Arnim zu verkaufen, der als Befreier des Ortes bei Mauken über die Elbe kam und die Schweden vertrieben hatte. Mit dem Verkauf endete die über 300-jährige Regentschaft der Familie Löser über die Pritscher Gegend. Sie zogen sich auf das zum Schloss Pritsch gehörende Vorwerk Reinhards zurück und errichteten dort von dem Verkaufserlös einen zwar kleineren aber, nicht weniger ansehnlichen Herrschaftssitz, das Wasserschloss Reinhards. Kurioserweise wurde um 1651 dem Ort Pritsch zum zweiten Male das Stadtrecht verliehen. Strittig unter Historikern ist die Rechtmäßigkeit dieses Vorgangs, denn der Ort hatte bereits 1206 die Stadtrechte erhalten. Dies ist in einer Meißner Urkunde schriftlich belegt. Der Ort kam unter dem Ritter Arnim wieder überraschend schnell zu einem kleinen Aufschwung und erholte sich zusehends von den Kriegsschäden. Kirche und Schloss waren bereits 1652 wieder hergerichtet. Zahlreiche Handwerker hatten bei den Aufbauarbeiten in der Umgebung ein erträgliches Einkommen. Nach dem Tod Arnim wurde der Besitz unter seinen vier Söhnen aufgeteilt und später gegen vier Rittergüter eingetauscht. So gelangte Pritsch in den Besitz der sächsischen Kurfürsten. Unter den sächsischen Kurfürsten, die das Schloss als Witwensitz nutzen, erlebte der Ort eine enorme Blütezeit und wuchs alsbald von der eigenen Amtswürde zu einer Residenzstadt heran. Bemerkenswert am Rande ist die in dieser Zeit um 1692 entstandene Glashütte in Körben, in der hochwertiges Weißglas- und Trinkgeschirr für den Dresdner und Warschauer Hof gefertigt wurde. Später entstanden unter Kamerad Schirnhaus hier die ersten Brennspiegel. Die Glashütte wurde 1707 wegen Holzmangel in der Pritscher-Umgebung nach Senftenberg verlegt. Schon die Beheizung des Schlosses verschlang Unmengen an Holz. 1693 wütete in Pritsch ein schweres Feuer und vernichtete nahezu die Hälfte aller Häuser. Nachdem die erste Kurfürstenwitwe auf Schloss Pritsch verstarb und in Freiberg bestattet wurde, bekam die Gemahlin August der starken, Christiane Aberhadine von Brandenburg-Bayreuth, das Pritscher-Schloss zur Geburt des ersten gemeinsamen Kindes von ihrem Garten auf Lebenszeit geschenkt. Die Beziehung der beiden wurde jedoch durch zwei kurz aufeinanderfolgende Ereignisse belastet. Zum einen wurde dem Kurfürsten fast zeitgleich zum Sohn auch ein Kind von einer seiner Mietressen geboren. 1697 dann trat August der Starke zum Katholizismus über, um auf diese Weise König von Polen werden zu können. Als der noch im selben Jahr in Krakau gekrönt wurde, unter dem sächsischen Landesbaumeister Pöppelmann, mit dem die Kurfürstin sehr gut befreundet war, entstanden in dieser Zeit auch die zahlreichen umfangreichen Nebengebäude des Schlossbezirkes, die sogenannten Kavaliershäuser. Pöppelmann gestaltete auch die Kirche samt Turmaufsatz um und erneuerte die Werkstätten und Lagerhäuser in der Nachbarschaft des Schlosses, um ein in sich schlüssiges Ensemble zu erlangen. Selbst im Ort wurde der Landesbaumeister tätig und gestaltete das Gesicht der Stadt nachhaltig um. Da die Kurfürstin in protestantischen Ländern hohes Ansehen genoss, waren hier häufig hochrangige Gäste aus verschiedenen Ländern zu Besuch. Unter anderem fand 1721 auf dem Schloss die Hochzeit des Kronprinzen Christian von Dänemark statt. Pritzsch war zu dieser Zeit neben Dresden, Leipzig und Thurgau einer der bedeutendsten Orte Sachsens. Die Kurfürstin ist auch wegen ihrer Unterstützung für das kleine Elbestädtchen heute noch sehr beliebt bei den Einwohnern von Pritzsch. Sollten beim Flachsmarkt Waren unverkauft geblieben sein, kaufte sie den Bestand auf und ließ es an bedürftige Einwohner verteilen. Ebenso beim Töpfermarkt, wo ihr tölpelhafter Hofner nach zeitgenössischen Berichten einmal im Jahr mit einem Ritt auf dem Pferd das unverkaufte Geschirr zertrempelte, was auch sehr lustig gewesen sein muss, denn der Hofner war ein Zwerg und hatte seine liebe Mühe sich auf dem Rost zu halten. Diese Blütezeit hatte Anfang September 1727 ein jähes Ende, als die Kurfürstin schlagartig erkrankte. Zwar hielten sich auch einhundert Jahre später noch Gerüchte, dass ein katholischer Pater die Kurfürstin mit einer Melone vergiftet haben soll. Jedoch gilt heute als ziemlich sicher, dass Christiane Aberhadine an einer zu spät erkannten Blinddarmentzündung verstarb. Nach ihrem Tod veranlasste August der Starke eine sechswöchige Staatstrauer, wobei täglich zur Mittagsstunde die Glocken im ganzen Land zu Ehren der verstorbenen Gemahlen geläutet werden sollten. Die Kurfürstin bestimmte die Pretzscherkirche als ihre letzte Ruhestätte, wo sie auch heute noch in einer vergleichsweise schlichten Gruft gebettet liegt. Christiane Aberhadine wurde nur 55 Jahre alt. 1756 drohte Pretzsch mit dem Siebenjährigen Krieg neues Unheil. In der nördlichen Grenzregion der Kriegsparteien Sachsen und Preußen fand hier 1759 ein entscheidendes Gefecht am Gäumer Berg statt. Als Vergeltungsmaßnahmen waren hernach Plünderungen in Pretzsch und der Umgebung an der Tagesordnung. Das Schloss wurde zu einem Lazarett für den andauernden Krieg umgewandelt. Nach Kriegsende wurde ein 1764 Dekasekundenamt Pretzsch samt Schloss und aller Vorwerke von den sächsischen Kurfürsten verpachtet, da Entschädigungszahlungen an Preußen keine Mittel für den Unterhalt des Schlosses und seiner Ämter ermöglichten. Der Schlossberg wurde in einen damals zeitgemäßen englischen Garten umgewandelt und der Schloss wurde Amts- und Wohnsitz des Oberforst- und Wildmeisters. Ende des 18. Jahrhunderts hielten rationellere Maßnahmen in Landwirtschaft und Handwerkeinzug. Durch schnellere Prozesse musste auch die Verarbeitung der Rohstoffe umorganisiert werden. So entstanden eine Vielzahl von Mühlen und neue Handwerkszweige, zum Beispiel Brauereien. Es folgte die napoleonische Zeit, in der um 1806 nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt sehr bald auch die ersten Franzosen in Pretzsch eintrafen, den Einwohnern mit Gewalt ihre Habseligkeiten nahmen und den Ort plünderten. Nachdem in der Schlacht bei Wartenburg die Franzosen wieder zurückgedrängt wurden, kam es auch in Pretzsch zu kleineren Kampfhandlungen. Kanonenkugeln aus der Zeit finden sich in der Mauer des Hauses in der Elbstraße 6. Durch den Wiener Kongress war Sachsen, das auf der Seite Napoleons gekämpft hatte, zur Reparation an Preußen verurteilt worden. So kam Nordsachsen und damit auch Pretzsch 1815 nun endgültig an Preußen. Nach einem Besuch des preußischen Königs 1817 in Pretzsch wurde das Schloss Bestandteil des großen Potsdam-Schän-Militär-Waisenhauses. Nach Umbauten am Schloss und der Trennung des Vorwerksdomäne vom Schlossamt kamen 1829 die ersten Mädchen nach Pretzsch. Die Kavaliershäuser wurden zu Lehrerwohnungen umgebaut. Bereits Ende 1829 waren etwa 220 Kinder im Pretzscher-Waisenhaus untergebracht. Ebenfalls zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurden zwei Pretzscher-Röhwasseranlagen gelegt, die den Ort mit Frischwasser versorgten. 1871 wurde das Deutsche Reich gegründet und auch hieran hatten Pretzscher-Einwohneranteil. Denn im vorangegangenen deutsch-französischen Krieg der mit der Niederlage Frankreichs endete, hatten auch Bürger dieser Stadt an Bismarcks Seite gekämpft und ihr Leben gelassen. Ein Denkmal auf dem Marktplatz erinnert noch heute daran. Die Friedenszeiche auf dem Marktplatz erinnert ebenso an die Reichsgründung. 1890 wurde der Ort an das Eisenbahnnetz angebunden. Die Bahnstrecke führte zunächst von Wittenberg über Pretzsch nach Thurgau. Später kam ein Abzweig nach Eilenburg hinzu, was dem Ort zu einiger wirtschaftlicher Bedeutung verhalf. Auch heute noch kann man dies an dem errichteten und inzwischen stillgelegten Bahnbetriebswerk erkennen. Zeitweise verkehrten auf dieser Strecke auch Verbindungen von Wittenberg nach Leipzig. In der Nähe des Bahnhofs entstand sehr bald ein lebhaftes Gewerbe, das die günstige Gleisanbindung zu nutzen wusste. Auf dem Schlossgelände entstand um 1900 eine Mädchenschule in der Kindergehobener preußischer Familien auf ihre Zukunft vorbereitet worden. Auch im Ersten Weltkrieg war das Schloss wieder als Lazarett genutzt worden. Nach dem Krieg wurde das Schloss erneut seiner Bestimmung als Waisenhaus zugeführt. Auch eine Orgelbauwerkstatt war hier untergebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Schloss erneut ein staatliches Kinderheim. Jetzt ist das Kinder- und Jugendheim Adolf Reichwein Schloss Pritsch in der Trägerschaft der Saluske GmbH. Seit 1952 gehörte der Ort Pritsch zum Bezirk Halle. Seit 1990 liegt die Stadt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Grenzpolizeischule Pritsch Die Grenzpolizeischule Pritsch-Elbe, die im Schloss von Pritsch untergebracht war, diente 1937. als Schulungsort für die Eingliederung der SS-Grenz- und Wacheinheiten in die reguläre Grenzpolizei der Gestapo. Die SS-Grenz- und Wacheinheiten bestanden aus Mitgliedern der Hilfsgrenzangestellten der SS bei der Zollverwaltung und aus der bayerischen SS-Grenzüberwachung. In der Grenzpolizeischule Pritsch-Elbe sammelten sich im Mai, Juni 1941 die zu den Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD-Abgeordneten. Soldaten wurden zu Einsatzgruppen und Einsatzkommandos geformt und bereiteten sich auf ihren Einsatz im Osten vor. Die Teilnehmer des Lehrgangs stammten aus dem Reichssicherheitshauptamt, insbesondere dem Sicherheitsdienst des Reichsführers SS, der Ordnungspolizei und der Waffen-SS. Einige Teilnehmer waren auch im benachbarten Düben und Bad Schmiedeberg untergebracht. Bevor die Einsatzgruppen vor Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion nach Osten ausrügten, gilt Reinhard Heitrich bei einem Abschlussappell in Pritsch eine Ansprache über die Ziele und Inhalte des Einsatzauftrages. Der Auftrag lautete, Funktionäre und die jüdische Intelligenz der Sowjetunion zu ermorden. Im Laufe der ersten drei Monate des Krieges gegen die Sowjetunion eskalierte dann die Mordtätigkeit der Einsatzgruppen im Osten. So, dass spätestens ab Anfang Oktober 1941 unterschiedslos jüdische Männer, Frauen, Kinder und Greise erschossen wurde. Auch versprengte Kriegsgefangene, Zigeuner, Psychiatriepatienten und Geiseln aus der Zivilbevölkerung gehörten zu den Opfern der Einsatzgruppen. Im Sommer 1941 wurde die Grenzpolizeischule Pritsch aufgelöst und samt Personal in die neue Sicherheitspolizeischule Drögen in Fürstenberg, Havel, integriert. Politik, Bürgermeister Der letzte Bürgermeister war seit 2007 der parteilose Harry Deike. Er erhielt bei der Wahl am 22. April 2007 100% der Stimmen. Sein Amtsvorgänger Karl-Heinz Horn hatte nicht mehr kandidiert. Mit der Eingemeindung nach Bad Schmiedeberg werden die Interessen von einem fünfköpfigen Ortschaftsrat vertreten, denen der Ortsbürgermeister Harry Deike vorsteht. Die Verwaltung des Ortes erfolgt überwiegend von Bad Schmiedeberg aus. Wappen Das Wappen wurde am 11. Mai 1995 durch das Regierungspräsidium Dessau genehmigt und im Landeshauptarchiv Magdeburg unter der Wappenrollennummer 33 1995 still registriert. Blasonierung in Silber auf blauem Dreiberg Eine grüne Eiche mit vier Blättern und drei goldenen Eicheln Die Bedeutung des Wappenbildes ist unbekannt, denn von den zahlreichen Besitzern des Schlosses Pritsch führte keiner ein Wappenzeichen, das mit dem der Stadt Ähnlichkeit hatte. Flagge Die Flagge ist grün-weiß längs gestreift. Partnerschaften Pritsch unterhält eine Partnerschaft mit dem hessischen Heuchelheim. Wirtschaft und Infrastruktur Verkehr in Pritsch kreuzen sich die B182 und die Landesstraße 128 zum Überqueren der Elbe in Richtung Mauken dient eine Gierseilfähre. Im öffentlichen Personennahverkehr gibt es Busverbindungen nach Lutherstadt-Wittenberg und nach Bad Schmiedeberg. Der Schienenpersonennahverkehr auf der eingleisigen Bahnstrecke Prat-Autor-Gau und der hier ab Zweigende Strecke nach Bad Schmiedeberg wurde Ende 2014 abbestellt und daraufhin bereits Mitte Dezember eingestellt. Der Ort mit seinen Sehenswürdigkeiten liegt am Elbe-Radweg, der zu den bekanntesten Routen des Radtourismus in Europa zählt. Sehenswürdigkeiten Renaissance-Schloss aus dem 16. Jahrhundert Schloss und Garten gehören zum Netzwerk Gartenträume Sachsen-Anhalt Wiegisches Haus von 1725 Spätgotische Stadtkirche St. Nikolaus mit barocken Umbauten unter Matthäus Daniel Pöppelmann Heimatmuseum aus dem 18. Jahrhundert Regelmäßige Veranstaltungen Alljährlich im Februar findet ein mehrtägiger Karneval statt. Dessen Höhepunkt ein großer Umzug mit Straßenkarneval am Sonntag vor dem Rosenmontag bildet. Auch die Landesmeisterschaften der Diensthundeführer werden in Pritsch regelmäßig durchgeführt. Über 150 Jahre feierten die Stadt und ihre Einwohner am 1. Juni Wochenende ihr traditionelles Heimatfest. Diese Tradition soll demnächst nach mehrjähriger Pause wiederbelebt werden. Ebenfalls jeweils im Juni findet seit 2005 die K-Sekunden Mitsubishi Elbe-Treffen auf dem Sportplatz statt. Es gilt mit 350 bis 400 Fahrzeugen als das größte Treffen der japanischen Automarke in Europa. Am Tag der Deutschen Einheit wird alljährlich der Elbe-Pokal der Feuerwehren, der näheren und auch ferneren Umgebung auf dem Gelände des Sportplatzes. Ausgetragen ein kleiner Weihnachtsmarkt in der Adventszeit am Bürgerhaus beschließt das Veranstaltungsjahr des Ortes. Persönlichkeiten Eleonore Erdmute Luise V. Sachsen Eisenach V. Mark Reifen V. Brandenburg-Ansbach 1662-64. Kurfürstin V. Sachsen verstarb im Pritscherschloss. Christiane Behadine von Brandenburg-Bayreuth Kurfürstin von Sachsen und ab 1697 Titularkönigin von Polen ist in der Stadtkirche St. Nikolaus beigesetzt. Friedrich Wieck Musiker und Musikpädagoge und Vater der Pianistin Klara Schumann. Friedrich Meurer Pharmakologe und Mediziner. Moritz Meurer Lutherischer Theologe und Kirchenhistoriker. Erwin Strittmatter, Schriftsteller, arbeitete in den 1930er Jahren in einer der hiesigen Bäckereien. Trivia Mitte Mai 2008 bildete der Bahnhof Pratsch die Kulisse für den Kinofilm Ein russischer Sommer, der die letzten Lebenswochen des lungenkranken russischen Schriftstellers Leo Tolstoi behandelt. Christoph Gettet Christoph Gettet Vielen Dank.